Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Vincent von Freaky Finance und auf meinem Kanal geht es unter anderem auch um Aktien und Dividenden. Und heute möchte ich darüber sprechen, wie mein Broker mich dazu genötigt hat, eine Aktie zu verkaufen und wie ich in der Folge recherchiert habe, wie ich den Erlös aus diesem Verkauf wieder neu anlegen kann. Dabei bin ich auf Aktien gestoßen, die eine 57% bzw. hier 13% Dividendenrendite ausweisen und was es damit auf sich hat, das bespreche ich in diesem Video. Viel Spaß! Ja hier das Anschreiben vom Smart Broker, dass ich doch bitte bis Ende September die Papiere verkaufen möchte, die ich da halte. Hier sind alle aufgeführt, die das betrifft. Und bei mir ging es konkret um die Federal Realty Investment Trust Geschichte hier und das ist ein US-amerikanischer REIT. Ja und diesen REIT habe ich schon mal mit Frederik von Krawattenlos in unserem Format hier besprochen und zwar titelten wir damals Federal Realty Trust der Dividendenkönig unter den REITs. 53 Jahre Erhöhung, das war Anfang 2021 und in der Folge habe ich mir diese Aktie, diesen REIT ins Depot geholt und zwar in mein Depot zum Projekt Wohnung Nummer 9, was ja auch Anfang 2021 gestartet ist. Die Leute, die mich regelmäßig hier verfolgen oder im Blog, die kennen dieses Projekt, wer nicht, der schaut gerne rein in den Blog. Hier verlinke ich das auch gerne mal, diesen Blogartikel. Es geht hier dabei darum, einen Gewinn aus einem Immobilienverkauf wieder anzulegen mit Immobilienbezug, aber ohne physische Immobilien und da bieten sich natürlich unter anderem diese Real Estate Investment Trusts an. Und dazu zählt eben auch der Federal Realty Trust und seit meinem Investment hier Anfang 2021 bis zu meinem Verkauf hier bei 103 Euro habe ich ungefähr um die 50% Gewinn jetzt mitgenommen. Ich habe also tatsächlich verkauft, so wie das hier gefordert war vom Broker. Warum kam es zu dieser Forderung überhaupt vom Broker? Warum sollte ich nun eigentlich diese Papiere verkaufen? Oder warum stehen hier überhaupt diese ganzen Papiere, die unter einer USLP, also einer Limited Partnership firmieren? Warum soll man die nun verkaufen? Ich habe es nicht genau nachgefragt, jedoch kenne ich die Problematik mit Master Limited Partnerships. Diese sind steuerlich in Deutschland nicht ganz so einfach zu handhaben, das kann man auch mal googeln und unter anderem zum Beispiel hier bei Master Limited Partnerships geht es auch um Real Estate, also auch genau dieser Bereich, der jetzt hier betroffen war bei mir mit dem Federal Realty Trust. Die haben sich nämlich Ende 2021 dann auch neu firmiert und als Limited Partnership aufgestellt. Also die haben eine übergeordnete Holding und dann eben hier sich neu aufgestellt und firmieren seitdem eben auch als Limited Partnership nach dieser Reorganisation. Dann gibt es aber auch gewisse Unterschiede zwischen Limited Partnerships und Master Limited Partnerships in der Liste der MLPs, also der Master Limited Partnerships, von denen ich weiß, dass diese steuerlich anders zu handhaben sind. Dort drin tauchen sie nicht auf, ich habe hier auch mal sortiert nach Sektoren und Industries und hier unten kommen dann auch einige Real Estate Player, die tatsächlich als Master Limited Partnerships hier in dieser MLP Liste ausgewiesen sind. Jedoch der Federal Realty Trust ist nicht dabei. Wie auch immer, ich kann es ja eh nicht ändern, es wurde gefordert diesen zu verkaufen, das habe ich getan. Und nun ging es eben einfach darum, für mich festzulegen, wie ich das freigewordene Kapital neu investiere für mein Projekt Wohnung Nummer 9. Damit war natürlich auch klar, dass wieder ein Bezug zu Immobilien hergestellt werden muss bei dem Neuinvestment. Ich habe mich also auf die Suche begeben und unter anderem tue ich dies im Aktienfinder. Ich habe hier einige Auswahlkriterien getroffen, nichts wildes Marktkapitalisierung oberhalb der Milliardenmarke, Dividendenrendite größer als 5%. Die des Federal Realty Trust bewegte sich zum Schluss ungefähr bei oder aktuell eben bei 4,6%. Ich bin ja deutlich niedriger eingestiegen, sprich ich hatte dort auch eine persönliche Dividendenrendite bezogen auf meinen Einstandspreis auch von deutlich oberhalb von 5%. Wie gesagt, aktuell zum aktuellen Kurs etwas über 4%. Wie dem auch sei, es geht ja jetzt hier um einen möglichen Ersatzkandidaten, den ich einfach mal suche im Aktienfinder. Ich habe hier also nach REITs konkret gesucht, die eben über 5% Dividendenrendite ausweisen, Marktkapitalisierung größer 1 Milliarde, Ausschüttungsquote auf den FFO unter 90% und die Dividenden sollen möglichst mehr als einmal im Jahr kommen, was ja bei US-amerikanischen REITs sowieso der Fall ist. Also hier geht es um Quartalszahler bzw. eben auch Monatszahler. Und dann habe ich hier direkt einfach mal nach der Dividendenrendite gefiltert, also vom größten absteigend bei dieser Auswahl, die dabei rauskam. 19 Aktien hat der Aktienfinder zu diesen Bedingungen mir hier rausgeschmissen und die Aktie oder der REIT mit der höchsten ausgewiesenen Dividendenrendite, weil ich eben auch jetzt hier schon so gefiltert habe, ist die SL Green Realty. Da haben wir sogar einen Monatszahler, das sehen wir hier an den Zahlungen im Jahr, also 12 Mal, werden hier Dividende gezahlt und die Dividendenrendite sieht doch schon mal sehr, sehr lecker aus mit 13,06%. So, nun schaue ich mir also diese Aktie, diesen REIT mal genauer an. Auch vom Ranking her, 81 Punkte, sehr, sehr gut, sag ich mal, oder sehr solide zumindest. Und dann geht es darum, hier unten mal zu schauen, wie dieser Wert überhaupt dasteht. Also, da sehen wir dann aber auch gleich, dass diese Dividendenrendite nur so hoch ausgewiesen wird, weil es hier zuletzt Sonderdividenden gab. Also, wir sind uns hier jetzt befindlich beim 30.06.2022, deswegen ist auch die Payout Ratio relativ hoch, aber noch knapp unter den 90%, die ich hier angesetzt hatte. Und die Dividende setzt sich hier zusammen aus 3,71$ normaler Dividende, in Anführungsstrichen, und 2,44$ Sonderdividende. Nun ja, das ist nicht das, was man sich erhofft hatte jetzt auf den ersten Blick, denn eine Sonderdividende ist natürlich nicht, wenn man sie bekommt, wenn man in der Aktie drin ist. Allerdings kann man jetzt nicht in der Zukunft damit rechnen, dass es diese Sonderdividende auch jedes Jahr gibt, sonst wäre es halt eben auch keine Sonderdividende. In den letzten drei Jahren gab es sie, wie es weitergeht, wissen wir nicht, ausgewiesen ist sie hier nicht. Aber das Gute ist natürlich, dass die Payout Ratio dann ab nächstem Jahr, wenn es denn keine Sonderdividende gibt, auf gesunde 55% zurückfällt. Dann müssten wir natürlich jetzt nochmal überlegen, ist das immer noch eine Aktie, die in das Beuteschema fällt, wenn wir hier die Sonderdividende erstmal ausblenden. Vielleicht mal ganz kurz einen Überblick, was das überhaupt für ein REIT ist. Es gibt ja durchaus auch unterschiedliche Geschäftsmodelle im Bereich Real Estate Investment Trusts. Und hier haben wir einen REIT, der sich sehr stark auf Bürogebäude konzentriert. Hier ist es auch nochmal kurz beschrieben. Aber vielleicht auf der Seite direkt von SL Green kann man vielleicht sogar noch ein bisschen besseren Eindruck bekommen. Es handelt sich hier also um New York City's größten Besitzer für Bürogebäude. Und die sind halt eben tatsächlich sehr, sehr stark, man kann sogar sagen, fast ausschließlich auf New York und da auf den Bezirk Manhattan fokussiert. Also Manhattans größter Vermieter. Und man sieht hier dann noch ein paar Angaben, um wie viele Objekte und wie viel vermietete Quadratfuß sich das hier alles handelt. So, also wir wissen jetzt mal, dass die sehr spitz aufgestellt sind im Bereich Büroimmobilien und da eigentlich ausschließlich in Manhattan. Dann blieb ja noch die Frage, bei wie viel Dividende wir nun eigentlich landen, wenn wir die Sonderdividende außen vor lassen. Wie gesagt, wir haben es gesehen, der Aktienfinder, der rechnet immer inklusive solcher Sonderdividenden. Die werden dann hier mit ausgewiesen, ja, wenn die Dividendenrendite angezeigt wird. Und bei Finvis sollte auch eine relativ bekannte Screener-Seite sein. Dort ist das anders, ja. Da wird gerechnet mit dem, was in den nächsten zwölf Monaten als Dividende, ja, schon feststeht oder vorgecastet ist. Und hier gehen wir dann also von knapp 8% Dividendenrendite noch aus, was ich aber auch immer noch sehr ordentlich finde. Wir halten also fest, knapp 8% Dividendenrendite auf den aktuellen Kurs und ein Monatszahler, der sich auf Büroimmobilien in New York City in Manhattan spezialisiert hat. Schauen wir auf den Kursverlauf, auf den Chart sozusagen. Das sieht natürlich, ja, übel aus. Hat sich ja auch hier nahezu halbiert, beziehungsweise hat sich halbiert zeitweise auch. Im Moment sehen wir hier aber sowas wie einen doppelten Boden, vielleicht etwas wie eine Stabilisierung hier auf dem Niveau zwischen 42, 43 und 50 Dollar. Und da ist jetzt die Frage, ob man da vielleicht mal in die erste Tranche einsteigt. Da löse ich an der Stelle gerne schon mal auf. Also ich habe letzte Woche eine erste kleine Tranche mit 11 Stück zu 46,80 Euro auch wieder beim Smart Broker gekauft. Das kostet dann dort auch keine Ausführungsgebühren, wenn man über die 500 Euro Grenze kommt mit einer Transaktion. Ja, so habe ich da jetzt mal einen ersten Fuß in der Tür. Außerdem einen Cash-Aquite-Put verkauft mit Strike 35 zur Hauptfälligkeit im Oktober. Also nochmal ordentlichen Abstand. Bin mal gespannt, wie sich der Kurs weiterentwickelt und ob ich da noch weiter aufstocke oder ob sich das Ganze hier als Rockrepierer rausstellen wird. Wie gesagt, vom Aktienfinder-Ranking her gar nicht so schlecht das Ranking hier mit 81 von 100 möglichen Punkten. Und wir notieren hier auch mit dem Kurs, das ist die schwarze Linie unterhalb sämtlicher fairer Werte. Es gibt ja verschiedene faire Werte, die hier auch alle irgendwie nochmal dargestellt sind, visualisiert sind. Und der aktuelle Kurs liegt halt eben in jedem Fall darunter, was eben dann entsprechend nahe liegt, dass es sein könnte, dass sich der Kurs Richtung der fairen Werte entwickelt und somit eben ein Kurssteigerungspotenzial zusätzlich zu der relativ attraktiven Dividendenrendite dort ist. Ja, ein neuer Read im Depot war mir dann nicht genug. Ihr habt es gesehen, ich habe auch nur erstmal eine kleine Tranche in SL Green investiert und daher habe ich mich auf die Suche nach einem zweiten Wert gemacht, den ich hier aufnehmen kann, um weiteres Kapital aus dem Erlös des Federal Reality Verkaufs zu investieren. Hier habe ich jetzt explizit nach einem Mortgage Read gesucht, also nach einem Kreditgeber sozusagen eben auch für Immobiliengeschäfte. Die zahlen in der Regel nochmal eine deutlich höhere Dividende als so ein allgemeiner Durchschnitts Read. Und in diesem Fall bin ich in den Finvis Screener gegangen, habe auch wieder gewisse Annahmen getroffen, die ihr hier auch sehen könnt. Die sind gelb hinterlegt, also unter anderem diese 10% Hürde, was die Dividendenrendite angeht. Es sollte eine Marktkapitalisierung oberhalb von 300 Millionen haben und dann eben, dass es sich um ein Mortgage Read handeln soll. So, dann habe ich hier auch wieder nach Marktkapitalisierung gefiltert, um hier nicht eine kleinere Bude zu erwischen, obwohl ich jetzt hier ja schon einen Filter, einen gewissen eingebaut habe. Kommen hier direkt bei Analy Capital raus und die haben eine Marktkapitalisierung von knapp 11 Milliarden Dollar. Und dann, was sehen meine müden Augen, eine Dividendenrendite von 57% wird hier ausgewiesen. Und das hat natürlich meine Neugierde geweckt. Also zum einen, weil es sich hier um den Mortgage Read mit der größten Marktkapitalisierung handelt. Und zum anderen natürlich hier eine extrem hohe, eine unglaubliche Dividende. So, was hat es damit auf sich? Da habe ich natürlich angefangen zu forschen. Habe einfach mal geguckt hier auf einer deutschen Seite, Börse.de, was wird denn hier für eine Dividendenrendite veranschlagt. Da heißt es auf einmal 5,75%. Ja, also sogar hier eine Veränderung zur vormaligen Dividende um knapp 50% gefallen und so weiter. Naja, das kam mir alles ein bisschen spanisch vor. Und ich habe dann einfach mal auf der Seite von Analy sozusagen selber geguckt, was die hier an Dividenden aufrufen. Und stelle hier das Gegenteil von der deutschen Seite im Prinzip fest. Hier wird also die Quartalsdividende, ja, Quarterly von 0,22 US-Cent oder US-Dollar auf 88 US-Cent angehoben. Von Juli auf das nächste Paydate im Ende Oktober dann. So, jetzt steht denn hier aber dazwischen auch, wer lesen kann, ist klar, am Vorteil heißt es ja immer so schön, dass zwischen diesen beiden Dividendenzahlungsterminen ein 1 zu viel Reverse-Stock-Split stattfindet. Und das erklärt natürlich auch die Vervierfachung dann der Quartalsdividende beim nächsten Mal. Also nachdem dieser Reverse-Stock-Split dann auch stattgefunden hat. Was heißt das Ganze? Das haben die auch als Pressemitteilung hier veröffentlicht, dass es eben zu diesem Reverse-Stock-Split kommt. Man bekommt im Prinzip das Vierfache an Kurswert und dafür nur noch ein Viertel seiner Aktien. Das ist das, was hier passieren wird. Das ist im Prinzip das Gegenteil, was die Teslas, Amazons und so weiter dieser Welt gerne mal machen, wenn sie zu groß geworden sind vom Kurswert her, um hier appetitlichere Stücke für den Normalanleger, sag ich mal, auch bereit zu halten. Machen die denn einen Aktien-Split? Diese Analy-Capital-Reit-Gesellschaft, die macht nun das Gegenteil. Die blasen das Ganze ein bisschen auf, wie eben kurz erklärt. Jedenfalls, das ist der simple Grund, warum es hier für einige Seitenbetreiber zu Schwierigkeiten kommt in der Darstellung. Hier wird einfach dann das genommen, was die Gesellschaft ausgerufen hat als Quartalsdividende und ins Verhältnis gesetzt mit dem aktuellen Aktienkurs, der eben noch nicht mit vier multipliziert ist aktuell und deswegen wird hier eine exorbitante Dividendenrendite ausgewiesen. Da können wir ungefähr das Ganze durch vier teilen und kommen dann auf die tatsächliche Dividendenrendite von immer noch über 14%. Hier ist das Ganze mal schon ins richtige Verhältnis gesetzt sozusagen. Ein Blick in den letzten Quartalsbericht von NLE, der bestätigt zumindest, dass die Dividende derzeit gedeckt ist mit 135%, was ja immerhin schon mal zumindest im kurzfristigen Bereich ein gutes Zeichen ist. Nachdem wir also wissen, dass wir es mit einem 14%er zu tun haben, also 14% Dividendenrendite, schauen wir auch hier mal aufs Chartbild. Natürlich, ein ModGate-Reit kann Probleme bekommen durch die steigenden Zinsen. Das spiegelt sich hier im Chartverlauf auch einigermaßen wider. Seit Jahresbeginn haben wir hier auch einen deutlichen Abverkauf gesehen. Allerdings kann man auch hier überlegen, ob das eine gewisse Stabilisierung hier ist. Vielleicht sogar aber auch ein Widerstand nach oben. Wie auch immer, ich werde jetzt hier auch nicht akut diese Woche kaufen. Ich werde nochmal die Fettsitzung abwarten und vor allem werde ich auch abwarten den Reverse Split, damit sich da auch nichts hinterher wieder umrechnen muss in Portfolio Performance und wo man dann da überall wieder andere Anzahlen von Aktien eintragen müsste. Also hier würde ich auf jeden Fall nochmal ein paar Tage abwarten. Der Aktiensplit, also der Reverse Split findet ja statt am 23.09. Und das nächste Ex-Dividendendate ist am 29.09. Und in dem Zeitraum dazwischen, in der knappen Woche dazwischen, werde ich mir überlegen, ob ich hier konkret schon reingehe oder ob ich weiter beobachte oder ob ich diesen Plan wieder verwerfe. Ich gehe aber davon aus, wenn sich nichts dramatisch ändert, dass ich tatsächlich hier dann auch in diese Aktie eine erste Tranche investieren werde. Das ist soweit meine Ersatzkandidaten für den Verkauf von Federal Realty. Der eine oder andere ist vielleicht in einer ähnlichen Situation aufgrund der Tatsache, dass ein weiterer Reet Store Capital im nächsten Frühjahr irgendwann von der Börse gehen wird spätestens. Hier gibt es eine Übernahme. Das bedeutet, dass die Aktie komplett verschwindet in dem Fall. Und da muss dann ja der eine oder andere von euch. So geht es mir jedenfalls auch. Dann auch wieder überlegen, was er mit dem frei werdenden Kapital anstellt. Dazu werde ich euch dann auch informieren, wenn es soweit ist. Die Store Capital Aktie, die ich auch vor kurzer Zeit eigentlich nochmal aufgestockt hatte, werde ich nach der nächsten Dividendenausschüttung irgendwann Mitte Oktober, wenn auch die Go Shopping Period vorbei ist, wo es eventuell noch einen Bieter geben könnte, der mehr zahlt als die beiden, die es da jetzt gibt. Relativ unwahrscheinlich, aber man weiß es nicht. Kleiner Hinweis auch an der Stelle. Es kann natürlich sein, dass eine solche Übernahme jetzt komplett platzt und dann würde der Kurs auch wieder in sich zusammenbrechen. Also wer da ganz sicher gehen möchte, der kann natürlich seine Store Capital Aktien auch sofort zu Geld machen. Ich werde, wie gesagt, noch ein paar Wochen abwarten, einmal noch Dividende kassieren und ob es dann eben vielleicht noch ein höheres Angebot geht mit dem Risiko, dass auch dieser ganze Deal komplett platzt und der Kurs wieder zurückkommt. Ansonsten auf jeden Fall nochmal der Hinweis, das heißt, dass weder SL Green noch Analy Capital eine Kaufempfehlung meinerseits ist. Ich habe zumindest die eine Aktie schon gekauft und behalte mir vor, die andere zu kaufen. Mir ist durchaus bewusst, dass es mit Risiken verbunden ist. Auch gerade im Vergleich zu Federal Realty, die auch sehr, sehr gut geratet sind, also die finanzstark sind und so weiter, kann man mit den anderen beiden jetzt vorgestellten Aktien natürlich nicht vergleichen. Und besonders auch im Hinblick auf die steigenden Zinsen und die Notenbankpolitik sind REITs im Moment natürlich nochmal mit besonderer Beachtung zu bewerten. Nichtsdestotrotz kommen die für mich persönlich, für mein Projekt, in kleinen Transchen zumindest, erstmal in Frage. Ich möchte aber darum bitten, dass hier nicht blind nachgekauft wird, nur weil ich die in Erwägung ziehe. Beschäftigt euch selber damit, ob das für euch selber passt und ich möchte aus der Haftung wie immer raus sein. Diese beiden Käufe der genannten REITs haben übrigens auch nichts mit dem Aufbau meines Hochdividendendepots zu tun. Das Ganze ist wieder ein anderes Projekt, falls du das mitbekommen hast und jetzt überlegst, ob das dazu gehört. Wie gesagt, diese REITs Käufe aus diesem Video gehören zu meinem Projekt Wohnung Nummer 9. Dieser genannte Aufbau eines Hochdividendendepots erfolgt in der Freaky Finance Lounge, also in meinem Mitgliederbereich, zusammen mit den Mitgliedern. Da würden wir aber auch noch andere Qualitätskriterien zugrunde legen. Also hier versuchen wir dann auch wirklich noch Risiko mehr rauszunehmen und das Augenmerk auf Qualität zu setzen, was jetzt hier vielleicht bei den vorgestellten Unternehmen ein bisschen zu kurz kam. Deswegen wären das keine Kandidaten für das Community-Depot. Wenn dich das Ganze interessiert mit dem Aufbau eines Hochdividendendepots, wenn du dabei sein möchtest, wenn du mitwirken möchtest, wenn du partizipieren möchtest, dann schau dir auf meiner Homepage den Launch-Bereich an. Da ist auch beschrieben, was dort sonst noch geboten wird und du kannst dir dann überlegen, ob du hier eine Mitgliedschaft erwerben möchtest und dann eben auch Teil der Community sein möchtest, die dieses Hochdividendendepot zusammen definiert und anlegt. Gut, in diesem Sinne, ich halte euch auf dem Laufenden. Bleibt dran, wenn ihr mehr von diesem Content mögt, gebt mir gerne Bescheid in den Kommentaren, lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.